Hallo? Ist die Aufnahme an? Was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal Warte mal, ich muss erstmal richtig hinsetzen Naja, heute ist was ganz besonderes geplant Okay, Rani ist gestorben, aber never mind Und ja, wie gesagt, heute ist was ganz besonderes geplant Wir treffen uns bei Miras Haus und ihr werdet dann im Laufe des Videos sehen, was heute so passieren wird Aber wisst ihr was? Wir treffen uns anscheinend wie gesagt bei Miras Haus, lasst natürlich gerne ein Like oder ein Abo da, bevor ihr irgendwas anderes macht. Ich glaube, ich treffe euch jetzt erstmal mit Alpha Steinchen MSG Alpha Steinchen Yo, ich frage ihn mal Wo bist du, Bro? Ich will einmal mit ihm reden Unter vier Augen nochmal kurz Vor, naja Bevor einfach das passiert Was passiert? Wo ist er? Wo ist Alfie? Alfie? Wo bist du? Hast du das nicht heute mitbekommen? Alfie Alfie Wo bist du? Alfie Alfie Miras Haus? Sind ich schon mal Miras Haus? Nee Schade Schade Hallo? 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 Oh, hallo? Was geht? Was geht, Kian? Geht's dir gut? Gut und dir, Bro? Also ja, mir geht's gut, ja Warum siehst du so aus wie so ein lustiger? Ja, ich hab Boxerschnitt gemacht, Bro Boah, das steht dir jetzt, Bruder Riecht gut gemacht, ehrlich Dankeschön, Dankeschön Riecht gut Ja, dein Boxerschnitt sieht auch gut aus Vielen Dank, ey, Bro, was sagst du? Wer wird den Fight gewinnen? Das Ding ist, ich denke, keiner von denen Was geht ab, meine Damen und Herren? Keine Ahnung, die vertragen sich am Ende Moin Wer ist das denn, hallo? Warum sollen die sich vertragen? Keine Ahnung, vielleicht immer an das Gute glauben Ja, das stimmt Schweinchen? Schweinchen? Habt ihr Schweinchen gehört? Ey, Kian, was geht? Alles gut, Bruder, Bro Ja, Bruder, bei dir, oh, du hast dein Kochutensilien mitgenommen Spon, Spon, Schwammkopf, hallo Oh, die Tasche auch am Start Hey, was geht ab? Wait, what's poppin? Zieh zu den Tasch Was geht ab, Bro? Wie geht's euch? Hey, wie geht's euch? Oh, Alvi, du bist viel zu laut, Mann Jungs, äh, kurze, kurze Frage Hey, Lada, was geht ab? Hey, die Beule ist auf am Start Oh, nein, nicht die Beule Ähm, weiß jemand genau, was gleich folgt? Nö, eigentlich gar nicht Die werden irgendwie gleich kämpfen? Nö, keine Ahnung, ich hab gar nichts mitbekommen Schweinchen! Ey, sieh da schon, wo ist Schweinchen Wo ist Schweinchen? Ich hab nichts mit dem zu tun Jo, jo Ich hab gar nichts für mich Oh, mein Gott Bro, ich weiß noch, als du dein Furz hattest, wo du nichts hast Wo bist du? Jungs Oh, hey, Mira Maira, Maira, man will Allah Ich hab wirklich alles versucht Ich hab wirklich alles versucht Ah, du bist so laut, Reini Also, ich sag ehrlich Sie wird uns alle auf jeden Fall mit einem Schnipsen wegmachen Ja, hab ich selbst schon gesehen, Bro Ich hab ihr Fähigkeiten gezeigt und so Aber sie hat alles besser gemacht, als ich im Endeffekt Oh, okay Oh, nee, du hast mein Bestes gegeben, Reini Bäh, 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 bäh Mira, 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 AAAAAAAA Ich glaub, Leute, ich muss erst Mira fragen Was ist los? Heit gewohnt Häh? Und? Häh? 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 Das ist doch der Bösewicht Das ist der Böse Komm her, Tobi Komm her, hä, willst du stress oder was? Hä, willst du stress, Tobi, hä? Du machst uns nichts Du machst uns nichts Du tust uns nichts, hä? Du tust uns nichts Unter vier Augen reden Ja, was los? Hey, Tobi, ich töte mich gleich Komm mal mit, komm mal mit Oh, oh, oh Okay, was ist los? Jetzt wollen gleich alle mit mir unter vier Augen reden Nee, ich nicht Oh, oh, oh Was? Äh, ey, Reini Hallo, Jungs Reini, hast du kurz Zeit? Hey, Miu, was passiert denn da? Mira, was ist das Konzept da? Ja, ich passe auf, ich passe auf Ich bin für den Kampf vorbereitet Na, Mira, denkst du, du wirst gewinnen? Mira, denkst du, du wirst gewinnen? Sei mal ehrlich Ich werde alles geben Uh, das wird ja spannend Kann jemand kurz alles kurz zusammenfassen? Ich verstehe das alles nicht Fight Fight, eins, das ist eins Bam, 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 bam Mira, kannst du mir das kurz nochmal erzählen? Hallo, Fischer Komm, du schön, сравni Wollen wir kurz nochmal machen? Er mag dich nicht, Fischer Fight Tch, tch, tch Alfie, hast du ein bisschen Essen bitte? Ich hab gar nichts Hey, ich Junge Lass das Stopp, stopp Stopp Stopp, du Esel Stopp, du Esel Ha? Stress oder was, Fischer? Hier zu Mira zurück Also es gibt ja zwei Torwart. Also ein Fake-Torwart und einmal den richtigen, richtig? So ist es. Und den bösen Torwart müssen wir besiegen. Muss ich besiegen. Und ist das jetzt ein Unheil oder wie ist das zu verstehen? Das sollte kein Unheil sein. Hier, Mira. Ich drücke dir die Daumen. Du musst das schaffen. Bitte, Mira. Du hast ja auch gesagt, ich soll meinen Drachen wegpacken. Ich habe aber Angst. Was hat das zu bedeuten? Egal, was ist. Ich drücke dir die Daumen. Mira, du musst das schaffen. Mira. 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 Äh, Alfie. Äh, äh. Ich kann da alles geben. Genau, das geht gar nicht. Gegen Alfie. Oh, tschüss. Was soll ich mir? Was soll ich mir? Bitte, bitte. Stopp, stopp. Blablabla. Alter, du hättest mir dann gar nicht küssen müssen. Was soll ich essen? Nein, ich will mir mehr Kartoffeln. Nein, ich will mehr Kartoffeln. Ich habe nicht Fünnigkeit. Ich habe nicht Fünnigkeit. Ich will nicht Fünnigkeit geben. Ich verstehe kein Wort, Alfie. Du hast Sabermund. Du hast Sabermund. Du hast Sabermund. Das Kritikste konnte ich ihr zeigen. Mira. Ihr habt ne Frage. Mira, stirbst du? Stirbst du, Mira? Stirbst du? Äh, Mira? Ich werde alles geben. Okay, alles klar, danke. Mira, egal was passiert, du hast wirklich unser ganzes Glauben bei dir. Ehrlich, wir glauben voll an dich. Ich glaube an dich. Aber nein, ich glaube an dich. Für eine kleine Stärkung. Für eine kleine Stärkung, hier ein Steak. Kleine Stärkung. Merkt ihr? Hm, das ist korrekt von Nippisch. Nein. Mira kämpft gegen... Alle Ruhe! Komm her, siehst du das? Ja. Ich biste mich auf Null. Ne. Tobi! Mira, du schaffst das. Du wirst mit dem blöden Hate Tobi fertig machen. Oh, ja. Oh, ja. Du wirst mit dem. So, Jungs. Wolle Statement? Wolle Statement? Ich glaub zwar an die, aber ich hab auch schon gesagt... Ich bin nicht Tobi. Uua! Uua! Oh, ich komm auch! Ich komm auch! Ich komm auch! Hihi! Let's go! Eine Gruppe? Sue, komm auch! Komm auf mich! Ah! Ah! Oh! Oh, ich sterbe! Oh, mein Gott! Sue, deine Kraft musst du noch bändigen! Sue, du musst deine... Du musst deine Kraft zügeln! Mann, Sue! Sue, warum machst du das? Warum machst du das, Sue? Hä? Warum machst du das? Ja, als Kraftwächter kann ich das verstehen. Die Kraftwächter ist schwierig, wenn man so mächtig ist. Ah! Ich bin grad gemutet. Tut mir leid, ich hab Rechtsklick gemacht. Verzeih dir. Ja, ja, ja. Das sagt jeder, Sue. Aber da sieht man, das ist echt der echte Tobi. Das geht zu weit. Ja, das konnten wir verifizieren. Weg vom Grab, ey! Ich soll ihn wieder herabbringen. Mira? Mira? Ah! Tobi, tut mir echt leid, das war nicht absichtlich. Ich wollte Rechtsklick machen und hab vergessen. Ihr kommt nur alle nicht mit euren Fähigkeiten klar, weiß ich. Warte, warte. Tobi, Tobi, Tobi. Hast du keine Totems? Oh, ich hab gar nicht. Aua! Ah! Ich glaub, wir sollen das alles ernster nennen. Wenn du Knopfst, dann hier bist du, ne? Ja, wir müssen jetzt. So viele Leute auf mich! Mira, jemain. Sue, 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 Sue. Ja. Komm mal her, komm mal her. Rechtsklick gemacht. Er kann mich immer mitnehmen, der liegt gerade. Ja, komm, Alter! Ich komm mal. Oh, Mann. Jeder ist wunderbar. Ich warte gleich. Ich muss kurz Tür was geben. Boah, ich seh'n alle so cool aus. Das hab' ich alles. Okay, ey, ich fliege los, ne? Unheil 2. Ja, fang an! Flieg los! Kyan! Flieg los! Kyan! 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 Kyan hat uns... Ich flieg mal jetzt. Wir sehen uns, Leute. Alter, ich hab alle... Warum kann er fliegen? Guck mal, er braucht nicht mal eine Lydra. Leute, guck mal, die haben alle Fähigkeiten bekommen und ich nicht. Hä, ist das nicht ohne ein Null? Wo ist ohne ein Null? Ey, Beule, was geht? Er war doch hier gewesen. Jetzt auf Beules. Beule, stopp! Stopp! Warte! Ich muss auf dich rauf, ich muss auf dich rauf. Beule, warte, warte. Los! Nein, nein. Ah! Scheiße! Beule, wir haben sie verloren. Ich wollte auf dich rauf kommen. Äh. Wo müssen wir lang? Äh. Äh. Beule! Wo müssen wir... Ähm. Beule? Ey, Beule! Weißt du, wo wir lang müssen? Was? Was? Oh, Snoopy! Nein! Ich glaube, wie das ohnehin gemacht. Wo bist du? Wo? Wo müssen wir hin? Beule! Ah! Beule, wo bist du? Okay, wir fliegen zurück. Wir fliegen zurück. Wir können auch zurückfliegen. Snoopy! Beule, Beule! Nein! Oh, nein! Oh, da! Da! Da sind sie! Wir gehen rauf! Ey, stopp! Stopp! Bitte! Stehbleiben! Oh, ich komm rauf. Ja, ich bin drauf. Oh mein Gott. Was geht? Was geht? Snoopy, checkst du das? Oh, warum wird es nicht so dunkel? Weil hier der Ort ist. Alter! Ich sag's nicht! Oh! 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 So groß wie normale Spieler, oder? Warte mal, wir gucken jetzt dem bösen Tobi zu wie er gegen Mira kämpft! Bitte sterb nie Mira! Bitte Mira! Ich hab kein Farnglas! Ich hab kein Farnglas! Weil nicht Farnglas Mira ist! Bitte Mira! Oh mein Gott! Kannst du mir auch eins geben? Ich hab's! Wo ist Mira, ey? Oh! Ey, die Leute sollen bei uns alle ein Like die da da zu ziehen! Ja, ein Like! Citachi! Citachi! Ich auch nicht. Ich will, ich will, nehmt gar nicht. Nehmt ihn nicht. Mira, bitte sterbt nicht Mira. Alle sind wieder da einfach. Bitte Mira. Mira, bitte sterbt nicht Mira. Ey aber ganz kurz. Es kann sein, es kann sein, dass wir dann wenn wir hinterher wollen. Ja. Oder wenn wir irgendwo anders hinwollen, dass Sitz hier sitzen bleiben, nicht so viel sind wir. Ey Leute. Jaa, ist Brokey. Jaa, ist Brokey. Das haben wir gesehen. Das war's. Dann kommt mir mal bitte nicht bereit. Wo ist die Tür eigentlich? Jaa, jaa, jaa. Jaa, jaa, jaa. Leute, kommt alle hier auf den Kopf drauf. Dann könnt ihr was da sehen. Welchen Kopf? Alle beruhigen, Leute. Welchen Kopf? Hallo? Runter von meinem Kopf? Was spinnt oder was? Okay, wir gucken, wir gucken schon Leute. Jaa, dein Po ist immer noch dabei. So Jungs. Bitte Leute. Ihr wisst wie man ihn ruft. Hey. Es ist dein Zeitpunkt gekommen. Warum wir das damals immer gesagt haben. Ich checke das so langsam. Okay, Leute, ich ruf ihn. Seid ihr bereit? Ja, 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 ja. Können wir attackiert werden? Alle ruhig sein! Sie wird sich darum kümmern, dass wir nicht gehittet werden. Aber an sich könnten wir theoretisch gehittet werden. Okay, ich muss das Horn lauten, ne, und dann. Und sagen, wenn der Zeiger der Zeit. Okay. Seid ihr bereit, Freunde? Ich bin bereit, ich bin bereit. Nein, ich bin bereit. Okay, auf drei, ja? Eins, zwei, drei. Wenn der Zeiger der Zeit 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 der Zeit. Da steht er! Links, ja, ja. Warum ist das... Hallo? Die sind so leise! Hä? Mira steht da drüben! Hey! Ich seh die nicht! Oh, er labert, er labert! Leute, leise, die sind so leise! Bitte leise, bitte! Oh, ist Mira so süß! Bitte, Leute, leiser sein! Man versteht nichts! Oh, mein Gott! Mira, komm, bitte! Oh, mein Gott! Mira! Bro! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Mira ist noch nicht tot! Hinterher, hinterher! Hinterher! Mira ist noch nicht tot! Hä? Oh! 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 Oh, mein Gott! Was passiert da? Oh! Die Weiden! Alter! Oh, nein! Oh! Die machen den ganzen Riss und bam! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh! Oh! Das ist alles kaputt! Oh, nein! 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 Die YouTuber-Hitze! Oh, mein Gott! Man sieht fast gar nichts, Leute! Leise, Leute! Komm ich hinterher! Oh! Oh, mein Gott! Die sind viel zu schnell einfach! Die sind viel zu schnell einfach! Ey, Bruder! Boah, was geht hier oben ab? Digga! Sind die Hilfe! Jungs, guck mal über euch! Ah! Oh! Wo ist Mira? Wo ist die? Es ist alles schwarz! Oh, mein Gott! Boah, was ist jetzt passiert? Alter! Hä? Bro, sie hat einfach da drüben alles deleted! Da drüben ist alles weg! Was ist mit dir? Mira! 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 Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Auer! Was geht, Bro? Was geht, Tobi? Moin! Wie geht's? Das war's, du Boob! Wie? Was geht jetzt nicht? Na, nicht auf Wiedersehen, Bro! Leute, das ist zu leise! Bro, sie wurde abgestochen, Reini! Woher weiß er von Plan B? Du wirst gepackt! Wo könnt ihr den? Mann! Wo ist Mira? Wo ist Mira? Wo ist Mira? Was geht jetzt ab? Nein! Oh, mein Gott! Yo! Oh! Nein! Nein! Ach, du Kacke! Boah, was ist gerade passiert? Mach da einen Shader aus! Shader ausmachen! Oh, mein Gott! Oh! Was ist mit der YouTuber-Insel passiert? Mira! Was ist das? Was ist das? Was ist mit meinem Haus? Wie? Was mit deinem Haus? Ich bin überfordert! Alfie! Ah! Alter, was ist das hier? Oh, mein Gott! Oh, mein! Alter! Alter! Guck dich das an! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Beule! Beule! Stopp! Bleib stehen! Du hast damit was zu tun, oder? Spaß! Alter, was? Was geht dir ab? Hey, Leute! Bro, ich... Ich... Sie wurden richtig dreckig von hinten einfach abgestochen. Alter! Jungs! Wo ist Mira? Wo... Wer ist dieser blöde Peg-Tobi? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Alles ist kaputt! Jungs! Alles kaputt! Alles kaputt! Die Insel ist unspielbar geworden, GG's! Bro, man kann hier nix... Man kann hier for real nix mehr machen! Ist alles weg? Du, das Feuer ist weg! Ich glaub wir müssen jetzt Unheil Null besiegen unbedingt! Oh, mein Gott! Alphi! Ich setz mich auf dich! Du, das ist doch mein Turm! Ich setz mich auf dich! Das geht bis zu meinem Turm! Oh, oh! Ist alles weg! Anometer! Ist gar nicht gut! Ist wirklich gar nicht gut, Leute! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ey, Alfie! Dein Haus ist jetzt noch mehr kaputt! Du bist jetzt nicht hilfreich, Junge! Ich geh mir erst gleich vor, ich bin dran! Er geht die ganze Zeit weg! Alter! Guck dir das mal an! Oh, mein Gott! Ey, das ist crazy! Alter! Ich komm darauf nicht klar! Einfach die ganze YouTube-Ansel ist shit on! Shit! Nein! Nein! Das ist nicht gut! Ich sag euch so, wie es ist! Wer ist das? Wer ist das? Ist das das Alfie? Ne! Warum steht das ein? Beule! Beule! Das sieht echt nicht so cool aus! Die ganze YouTube-Ansel ist kaputt! Alter! Sogar Kiros und Suga! Das geht bis zu dem Unheil da ganz drüben! Alter! Sorry! Das tut mir leid! Ey, Bro! Was wollen wir jetzt machen? Boxerschnitt! Ja? Die YouTube-Ansel hat jetzt auch Boxerschnitt irgendwie! Haha! Haha! Mira! Mira ist tot! Mira ist tot! Mira ist tot! Was ist los? Was ist das? Alter, hä? Warte, warte, warte! Da habe ich gar nicht geachtet! Ist Mira gestorben? Mira ist tot! Äh! Mira ist tot! Mira ist tot! Nein, ich meine Ruhe nicht! Es ist kein Grund zu heulen! Wir gewinnen das ganze Ding! Alter! Äh! 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 Du hast Toten verloren! Nein, nein, nein! Was geht? Ich glaube, Mira wollte ich gleich! Hahaha! Du kannst nicht mehr fliegen! Hahaha! Äh! 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 Die Huge One ist tot! Oh, oh mein Gott! Er töte mich fast! Junge, das hier... Ach, man! Alter! Die Huge One ist kaputt! So bam! So bam! So bam! So bam! Okay, das ist wirklich nicht gut! Bin ich! Mira ist kein... Wer?! Was?! Ah! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was?! Alter! Nein! Sie ist kein Edmund mehr? Also eigentlich habe ich Mira nicht gemocht, aber... Mira ist kein Edmund mehr! Hallo?! Tobi! 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 Wegen dir ist Mira kein Edmund mehr! Ist das dein Ernst oder was?! Kannst du dich auf meinen Kopf setzen, ohne damit zu kassieren? Wo bist du? Wo weißt du? Ey, Kiro! Kiro, Mira ist kein Edmund mehr! Weißt du was? Ich habe keine Ahnung, Mann! Max... Oh! Oh, Mann! Bro, das kann doch nicht sein! Ey, Tobi! Alles deine Schuld! Alles deine Schuld, Junge! Alles deine Schuld! Oh! 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 Oh mein Gott! Also ich sag euch ehrlich! Äh, ist wirklich kein Spaß mehr, ne? It's crazy! Die ganze YouTube-Reinsel kaputt! Und alles sieht zu komisch aus! Hier ist auch niemand! Was ist das? Willst du immer noch gegen mich sein? Lass uns doch endlich mal sein! Snoopy, du auch! Bro! Schu! Guck mal die YouTube-Reinsel an! Ist kaputt! So bam! Lasst uns ein allerletztes Mal uns zusammentun und das Böse besiegen! Schu! Wenn du sagst... Warte, warte! Wenn du sagst, mein Boxerschnitt sieht gut aus! Dein Boxerschnitt sieht gut aus! Aber mir liegt es gerade gar nicht gut! Okay! Dann komm! Wir starten und wir machen die kaputt! Ja! Was? Irgendeins! Ja! Oh! Tschüss! Hihihihi! 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 Ich mach das jetzt mal auf ernst, Leute! Ist eigentlich nicht zu Spaß, ne? Oh mein Gott! Das ist... Alter! Oh mein Gott! Leute! Was wollen wir jetzt machen? Die Frage ist... Denkt ihr das... Soll so bleiben? Oder... Wie wollen wir das machen? Wo komme ich Tridern zurückholen? Und an einem Ort voller Zerstörung soll ich das Porn rufen? Die Dashi! Ich glaube, das ist komplett... Der gute Tobi holt Tridern einfach zurück! Tridern kommt eh wieder! Das ist nicht das Ding! Das Problem ist jetzt einfach! Und ich habe eine ganz andere Sache! Bitte guckt euch! Die Insel ist uns spielbar, Bro! Dankeschön! Das ist uns spielbar! Das ist alles kaputt! Scheiße, Mann! Aber wie weit geht die Zerstörung? Weiß das einer? Hat das schon... Ne? Quage, Bro! Neuer Anfang! Ey, was ist mit so'n Kriegerfestung? Das habe ich auch nicht nachgedacht! Lass uns mal bitte dahin gehen! Komm, lass uns dahin gehen! Wo ist so weit? Oh mein Gott! Alter Falter! Sonnenkriegerfestung, Junge! Alter, guckt euch das an, Leute! Ah! Nein! Oh mein Gott! Scheiße! Auch kaputt! Bro, niemals im Leben! Hast du Spitzhacke? Hast du Spitzhacke? Ich habe so weit dafür gebaut! Niemals! Das tut mir so leid für dich wirklich! Niemals! Bruder, niemals im Leben, Digga! Niemals! Scheiße, Mann! Das ist nicht... Alles kaputt! Digga, mach das Scheiße auf, Mann! Die Sonnenkriegerbeest! Bro, niemals! Nein! Du armakianz! Bro! Digga, niemals im Leben! Das ist frittelt! Das ding ist frittelt! Ich brenne wegen dir die ganze Zeit! Ja! Kannst du das ausschalten? Ey, Leute! Damit ist die YouTuber-Sell zu Ende, meiner Meinung nach! Tschüss! Wir sehen uns! Oh mein Gott! Guck dir das mal an! Ja, und? Nupi, ich habe dir gerade gesagt! Ja, aber, Bro, guck mal, guck mal, alles kaputt. Man kann hier nicht spielen, man kann gar nichts machen, Bro. Macht keinen Sinn. Jetzt hast du es gesagt? Nein, 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 nein. Servus, das Wasser ist weg. Oh mein Gott, nee, das sieht so komisch aus. Kiro, hast du das gesehen? Oh mein Gott. Alter. Guck dich mal das Wasser an. Alter, Junge. Was geht dir ab? Ich weiß nicht, Mama, gerade wo Unheil Null ist. Ich weiß nicht, Mama, gerade wo Unheil Null ist, Leute. Guck mal hier dieses Loch an. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Kann doch nicht wahr sein. Das ist wirklich zu viel. Das ist zu viel, Junge. Hallo? Kann man durch das Portal durch? Nee, das geht nicht mehr. Warte, ich probiere es auch. Nee, funktioniert wirklich nicht. Chillt mal. Chillt mal kurz. Er hat gesagt, wie wisst du, wo ihr mich findet. Er meint, dass du Unheil Null. Jungs, ich will nur noch eine Sache sagen, dann bin ich weg. Was? Du bist weg? Überlegt mal, was Mira und der gute Tobi von Anfang an bis jetzt versucht haben, uns beizubringen. Und ich bitte euch, lasst uns ein allerletztes Mal uns zusammentun und wirklich dieses Böse von dieser YouTuber-Insel vernichten, weil sonst war es das. Sonst ist es das Ende von dem Projekt. Und ich bin mir sicher, Mira will das nicht. Seh ich genauso. Seh ich genauso. Seh ich genauso. Das ist Miras Stimmel. Hallo? Mira? Das ist von Mira. Mira? Das ist von Miras Stimmel, Mann. Ey, gleich hat es so wie geschafft. Der hat doch klar wie jetzt ein Gleichgleich. Stimmt. Oh mein Gott. So wie? Äh, Leute? Ich fühle mich unwohl. Ich sag ehrlich. Ey, kommt alle Gruppe. Gruppe, ich mach Gruppe auf. Ähm, okay, wie machen wir nochmal? Komm ich in eine Gruppe rein. Äh. Äh. Es gibt ein Shuttle, ein Flashbacks. Hallo? Mein Gott. Äh, ich hab irgendwas ausgemacht. Warte, ich hab irgendwas gemacht. Komm. Und es wartet mal kurz. Oh, tschüss. Ist der eigentlich nicht? Hallo? Ja, guck mal, sogar der Bauch. Kiro, guck mal zu deinem Haus. Der Baum, der legst du nicht. Oh, nein. Nein, der Ende Baum. Sieht aus wie so eine Atomexplosion. Ey, ist das crazy. Oh mein Gott. Ich sag ehrlich, Leute. Also, das geht wirklich nicht. Das ist... Guck mal, was passiert ist hier. Guck dich das an. Ich hab gar keinen Bock mehr. Spoilistig. Das finde ich lustig. Ich realisiere das grad gar nicht. No joke. Ich auch nicht. Hä? Was macht Tobi? Ey, das war unheil null, Mann. Nein, der Sieg. Nein. Oh. Leute. Lass mal zum Zeiger gehen, oder wie? Zum Zeiger? Nee, nee, Leute. Ich bin erstmal raus. Ja, ich mach das immer mit. Oh mein Gott. Leute. Ich denk, das ist... Ja. Wir sind gescheitert. Wir sind gescheitert, oder? Was? Tobi ist gescheitert. Ne, Mira. Mira meinte ich. Ja, was soll man sagen? Ist halt vorbei. Lass schon da kein Abo da. Und dann werden wir jetzt wohl die nächsten Tage mitbekommen, was passieren wird. Ciao, Leute.